Jugend braucht Perspektive, das heißt Ausbildungsplätze schaffen und Übernahme sichern. Wir brauchen faire Regelung im Tarifvertrag, auch für Dualstudierende. Wir fordern in dieser Tarifrunde faire Perspektive für die junge Generation. Und darum Übernahme sichern! Wir brauchen auch nach Corona noch sichere Arbeit, von der wir angemessen leben können. Deswegen fordern wir Beschäftigungssicherung in dieser Tarifrunde. Und darum Beschäftigung sichern! Wir sind die Insider in unseren Betrieben. Unser Wissen kann helfen, die Zukunft zu sichern. Für unsere Betriebe, für uns und für die nachfolgenden Generationen. Unser Ziel in dieser Tarifrunde sind Zukunftstarifverträge, um die Zukunft gemeinsam zu gestalten. Und darum Zukunft sichern! 4% mehr Geld, um mit Kaufkraft die Konjunktur zu stärken und Arbeitszeitabsenkung, wo es notwendig ist. Um Beschäftigung an Bord zu halten. Wir fordern mit 4% eine berechtigte Erfolgsbeteiligung, denn das ist fair. Und darum wir gewinnen! Nicht Ergärmung! Nicht ich! Wir gewinnen! Wuhu! Wuhu! Untertitelung des ZDF, 2020